...Infrarot-Kabine von Physiotherm bei uns heute gewinnt. Begrüßen wir Sie mit einem riesen Applaus, unsere letzte Teilnehmerin, da wird noch schnell getrunken, bei unserem Karoqui-Werb-Bewerb 2005, die Sandra Steindl aus Walchsee. So, Sandra, jetzt kommt ein wunderschöner Titel, nämlich R. Kelly. Für die war es jetzt gemein als Letzte, gell? Es war total gemein. Aber du weißt ja, die Letzten werden vielleicht die Ersten sein, gell? Unsere Startnummer 6, Sandra Steindl aus Walchsee mit R. Kelly. I believe I can fly, die Startnummer 6. Applaus Hey-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh I used to think that I could not go on And life was nothing but that an awful song But now I know the meaning of your love Oh I'm leaning on the everlasting arms If I can't say yes, then I can't do it If I just believe it, there's nothing to do it I believe I can fly, I believe I can touch the sky I think about it every night and day I spread my wings and fly away I believe I can soar You see me running through that open door I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly Hey, I see I was on the ridge of breaking on And sometimes silence can seem too loud There are miracles in life I must achieve But first I know it starts That's all inside of me If I can't see it, then I will do it If I just believe it, there's nothing to do it I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day I spread my wings and fly away I believe I can soar You see me running through that open door Oh, I believe I can fly Oh, I believe I can fly I believe I can fly Oh, yes, I would believe in you I believe in you I believe in you I believe in you If I can't see it Then I can do it If I just believe in you there's nothing to do I believe I can fly oh I believe I can touch the sky I think about it every night and day spread my wings and fly away oh I believe I can soar oh see me running through that open door I believe I can fly oh I believe I can fly I can fly I believe I can fly I believe I can fly I can fly I can fly see me running oh through that open door through that open door yes oh I believe I can fly I can fly I can touch the sky oh 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 I believe I can fly Ja, liebe Gäste, das war unsere Startnummer 6, R. Kelly, I Believe, ein klein Fleiß. Sandra, ich glaube, das war jetzt relativ gemein als Letzte auch, aber es ist super gelaufen, oder? Zufrieden? Ja, schon. Sandra, in wenigen Augenblicken wissen wir, es werden mit uns in die Türkei fährt. Jetzt glaube ich, es ist ein bisschen leichter unten zu warten. Ich denke schon, ja. Ich hoffe es. Also die Sandra ist noch ein bisschen fertig. Sandra darf dich bitten, kurz Platz zu nehmen. Und wir wissen es in knapp 15 Minuten, 15, 20 Minuten wissen wir, wer unseren Kaoki-Wettbewerb 2005 gewonnen hat. Ich bin froh, lieber Herbert Bert, dass ich nicht in der Schurie sitze, weil es wird relativ schwierig jetzt.